Genau hier in die Eckerin jetzt, so wie er kommt dann, wirst du? Mein Grüßlicher, neuer Nachbar. Ich bin Damian. Alles. Krass. Cool. Alter. Boah. Wirst du jetzt noch mal Rollen runter machen müssen? Oh Gott, wie der sich dreht, das kann ich mir gar nicht angucken. Schaffst du noch immer eine Spitze? Ja. Ja, der macht den überhaupt noch mal nicht? Der macht gar nichts mehr. Der hat sich jetzt in der Ruhe gesetzt. Ich hab' da vorhin ja der Maik vorher gemacht. Ja. Und dann hat jetzt quasi was selten gemacht. Ah, mein Maik. Hier? Ist der Maik jetzt auf die Fliebnetze, nur auf die Ruhe? Was muss ich? Ich mach' mehr.